Kennen Sie den Freitagsindikator und wissen Sie, was er bedeutet? Die Kursbewegung aus einem Freitag heraus kann häufig gute Indikationen für die kommende Börsenwoche angeben. Wenn Profis der Meinung sind, dass es eher runter geht, werden sie vor dem Wochenende schon ihre Positionen etwas bereinigen, vielleicht die ein oder andere Short-Position aufbauen und damit nicht nur das Wochenendrisiko vermeiden, sondern auch eine gute Indikation für die kommende Woche angeben. Andersrum, wenn Sie sehr positiv, also sehr bullisch sind, dann neigen Sie vielleicht dazu, am Freitag schon Positionen aufzubauen. Eventuell hoffen Sie sogar auf ein Gap-Up am Wochenende, um dann in der ganzen Woche engagiert zu bleiben. Natürlich eine sehr einfache Idee, aber trotzdem ein guter Indikator, den ich immer wieder in meinem eigenen Handel genutzt habe. Ich habe ja elf Jahre als Fondsmanager gearbeitet und da habe ich immer wieder gesehen, wie wichtig diese Bewegung am Freitag für die kommende Woche ist. Letzte Woche durfte ich ja hier schon exklusiv bei Finanzmarktwelt berichten, wie meine Meinung zum DAX ist. Ich hatte gesagt, dass ich eher negativ bin, eher auch Kursanstiege nutze, um tatsächlich Short-Positionen aufzubauen. Ich habe das im Rahmen meiner Ausbildung ja auch gemacht, hatte da im Live-Trading auch Short-Positionen mit drin. Und auch für die nächste Woche glaube ich, dass dieser Freitagsindikator, aber auch andere Indikationen eher darauf hindeuten, dass die Woche schwach werden kann. Dass ich also eher mein Investmentportfolio absichere und vielleicht im Trading sogar die ein oder andere Short-Position suche. Der Markt letzte Woche hat gerade in Europa schwach gehandelt. Das hängt sicherlich auch mit dem starken Euro-Dollar zusammen, der ja auf dem Zweijahreshof war. Wenn ich mir jetzt den Freitagsindikator angucke, sehe ich auch, trotz der guten Zahlen am Donnerstagabend von den Tech-Unternehmen, dass wir in der kommenden Woche eher Probleme haben. Aber nochmal kurz zum Freitagsindikator erklärt. Die grundlegende Idee ist, so wie der Freitag ist, wird auch die kommende Woche. Schauen wir uns den 12. Juni mal an als Beispiel. Hier waren wir nach einer sehr schlechten Börsenwoche eher am Steigen. Die Idee wäre also auch gewesen, dass eben der Markt insgesamt hochgeht. Das war hier auch der Fall. Der nächste Freitag, der 19. war dann leicht negativ, deutet ein Stück weit auch fallende Kurse. Und eine Seitwärtswoche hin, das war dann auch der Fall. Die Kurse sind leicht gefallen. Am Freitag nochmal deutlich. Das wäre jetzt die Indikation gewesen zu sagen, oh, wir gehen deutlich nach unten. Ist diesmal nicht der Fall gewesen, war ein klassisches Fehlsignal. Haben die Woche dann bis zum 3. Juli nach oben gehandelt. Der Freitag war auch wieder negativ. War dann auch eine Indikation, dass die Woche eher schlecht werden sollte. War dann eher eine Seitwärtswoche. Am Freitag ging es deutlich nach oben. Das war eine gute Indikation für eine steigende Woche hier. Also ein gutes Signal. Hier dann ein Doji. Sagt uns mehr oder weniger, dass die Woche seitwärts läuft. Und nach anfänglicher Euphorie und diesem Hoch am 21. Juli, wo wir ja ganz kurz Year-to-Date auch im Plus waren, wo die Fondsmanager ja auch sagen konnten, oh, schaut mal her, das Jahr 2020 ist im Plus. Das allerdings nur mit einem Tag nach Gap-Up und einer Umkehrkerze hat eben die Indikation hier auch gut funktioniert. Und wir hatten dann hier eine Seitwärtswoche, so wie es der Freitag mit dem Doji auch angedeutet hat. Und dann der letzte Freitag deutlich negativ. Und auch das hat mich eben bewogen, hier letzte Woche eher Short-Positionen zu suchen. Und was haben wir diesmal als Indikation aus dem Freitagsindikator? Ja, wir haben wieder fallende Kurse. Auch sogar deutlich für diesen Freitag, der ja eher positiv begonnen hat, wo ja die Berichtssaison ihren Höhepunkt am Donnerstagabend erlebt hatte und die Tech-Unternehmen doch durchaus die Erwartungen übertreffen konnten. Die Aktien haben ja auch in der ersten Instanz am Donnerstagabend und auch am Freitagmorgen noch positiv reagiert. Aber dann gab es die ersten kleinen Gewinnmitnahmen und auch in Europa sind die Kurse dann doch eingebrochen. Das lag sicherlich auch an den GDP-Zahlen, die wir gesehen haben aus dem zweiten Quartal, wo wir eben deutliche Rückgänge hatten. In Deutschland 10,1 Prozent, der größte Einbruch, den wir jemals hatten, seit der Aufzeichnung der Zahlen, also seit 1995. Aber auch Frankreich, Spanien, Italien, alles mit sehr schlechten Daten und vorweg natürlich auch die katastrophalen Ergebnisse vom Wachstum, was Amerika angeht. Und da muss man sagen, die Märkte haben ja schon eine komplette Erholung eingepreist in der Ökonomie, also dieses typische V-Shape, dieses V, haben sie schon komplett eingepreist. Und ja, bei den Tech-Werten sehen wir das auch in den Zahlen. Sie haben sehr stark reportet, teilweise ja auch Gewinne trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Pandemie gemacht. Aber wenn Amazon eben keine Kunden mehr hat, weil die Leute nicht mehr bestellen können, weil sie arbeitslos sind, weil eben diese Paychecks ausgelaufen sind am 31.07., dann ist es vielleicht für die Zukunft nicht besonders gut. Bedeutet also auch in dieser Woche, denke ich, dass wir in den Kursen eher nach unten gehen, vielleicht nicht ganz so stark wie in der letzten Woche. Wir sind ja auch noch im Monatsultimo drin, wo eben klassisches ratierliches Sparen kurzfristig in den Markt reingeht. Aber wenn der Markt sich erholen sollte, vielleicht am Montag, Dienstag würde ich das eher nutzen, um auch wieder Short-Positionen aufzubauen. Ich würde Investment eher absichern, denke eben auch, dass hier deutlich bessere Alternativen in anderen Märkten zu finden sind. Und gerade der DAX, den ich ja eh nicht so sehr mag und eher auf der Short-Seite traden würde, eher auch hier in der kommenden Woche wieder Probleme bekommen sollte. Ich glaube nicht, dass wir schnell nach oben laufen. Ein absolutes Worst-Case für die nächste Woche im Short wäre natürlich, dass wir hier die 13.200 rausnehmen. Dann würde ich technisch auch kein Fünf-Sterne-Muster mehr haben. Dann wäre der Markt technisch zumindest positiv und unterstützt. Sehe ich allerdings für die Woche gar nicht, dass wir diese 800 Punkte uns nach oben bewegen. Unter 900 Punkte sogar, glaube ich nicht. Wir haben ja über den Wochenendhandel jetzt auch schon wieder leicht tiefere Kurse, genau wie letzte Woche. All das ist ein Indiz, dass die Börsenwoche eher schlecht wird. Und die Daten, gerade makroökonomisch, waren ja sehr negativ. Das sehen wir hier am GDP, Quorter über Quorter. Wir haben mit 10,1 Prozent den stärksten Rückgang gehabt. Deutlich stärker als eben hier mit Lehman Brothers 2009. Aber, und das ist besonders interessant, auch deutlich stärker als beim Aktienverkauf 2001 und 2002, als die Dotcom-Bubble hier geplatzt ist. Da war das Wachstum insgesamt sogar noch mal positiv, weil wir eben nicht so stark an diesen ganzen Technologiewerten in der Gesamtwirtschaft gehangen haben. Das ist diesmal komplett anders. Damals war ja die Realwirtschaft Versorger, also ganz andere, wirklich nachhaltigere Unternehmen, die eben nicht diese Wachstumsraten haben, dafür verantwortlich, dass hier das Wachstum insgesamt auch positiv ist, trotz des Einbruchs, den wir in der New Economy gesehen haben. 2008 und 2009 war ja eher ein Liquiditäts- und Bankenproblem, was eben dann die Realwirtschaft auch ein Stück weit mit runtergerissen hat. Und hier in den letzten zwei Jahren haben wir ja schon die Tendenz gehabt, weniger zu wachsen, auch im ersten Quartal 2020 deutlich negatives Wachstum von 2% und jetzt eben in der Rezession minus 10% und viele makroökonomische Modelle erwarten einen schnellen Anstieg, wieder auf Null oder sogar auf positives Wachstum. Da bin ich eher skeptisch, was natürlich auch ein großes Thema ist, was vielfach hier auf dem Kanal von Finanzmarktwelt ja auch schon sehr gut thematisiert wurde, ist eben diese Marktkapitalisierung der großen Aktien aus dem Tech-Bereich. Das ist nicht granular, das deutet eben auch darauf hin, wenn man 7,1 Billionen schwer ist, dass man eben hier ein gewisses Rückschlagspotenzial hat. Und genau das sieht der Freitagsindikator, wenn eben am Freitag die Kurse hier schon fallen, deutet es darauf hin, dass man in dieser schwachen Zeit des Sommerlochs, wo Kapitalflüsse eher raus aus den Märkten gehend auch hier skeptisch ist und durchaus mal Gewinne mitnimmt und schauen uns das kurz noch saisonal an. Wir sehen eben in dieser Zeit vom 19. Juli bis zum 1. Oktober in den letzten 32 Jahren eine deutliche Abwärtsbewegung. Natürlich mit der Winrate von 53% geht es nach oben, also Gegenwahrscheinlichkeit 47% fällt es, wenn wir es jetzt ein bisschen genauer zeichnen für die kommende Woche. Also hier mal vom 2. August nehme ich es mal bis sagen wir mal zum 10. ein bisschen weiter. Dann sehen wir schon, oh hier in dieser Zeit sind die Kurse in 60% der Fällen gefallen, insbesondere stark 2011. Aber auch in den letzten 3 Jahren ging es in dieser Zeit nach unten. Natürlich zu 40% ist der Markt auch gestiegen, aber 60% ist ja gefallen und das sieht man hier sehr schön, wenn es fällt, fällt es eben deutlich schneller und deutlich weiter und dadurch, dass jetzt eben die Berichtssaison zu Großteilen schon hinter uns liegt, das die wichtigen Unternehmen reportet haben, ist jetzt die Frage, was macht der Markt draus? Nimmt man eher Gewinne mit oder sagt man, oh die Bewertungen sind noch günstig, ich muss da wieder rein. Meine Überlegung wäre eher gerade hier für den DAX und europäische Aktien, dass wir durchaus auch mal Gewinne mitnehmen, dass ja auch nach dem Monatsultimo so Gewinnmitnahmen durchaus wahrscheinlich sind, gerade in den saisonal schwachen Monaten und dass man eben ein Stück weit hier nächste Woche auch wieder Sell the Rally anstatt Buy the Dip betreiben sollte. Damit danke, dass ihr mir hier bei Finanzmarktwelt zugeschaut habt. Ich freue mich euch regelmäßig auch mit guten Videos auch versorgen zu dürfen und wenn ihr mögt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann hören wir uns vielleicht am nächsten Wochenende auch schon wieder. Euer André. Und dann gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank.